Musik 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 Episch gehen die Lichter an, alter. Musik Musik Bakery Punk Buckle Ja, ich finde die Destroyer-Tanung sieht auch ganz cool aus. Damit die mehreren verschiedenen Orangefarben haben, die in der beiden sind nicht meins. Ja, die gönne ich mir auch noch. Na, ich hab alle was gekauft, heute. LOL! Was ist los? Äh, jetzt sind grad fünf Leute bei dir nachgejoint. Vier. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wir spawnen in LA-Axis und ich nehme... Oh, ich weiß, wen ich gleich spiele! Wer? Clash! Ich kann endlich wieder Clash zocken! Nice! Na gut, kommt noch mal, welcher Raum wir haben. Aber... Wenn wir oben haben, dann nicht. Wenn wir ganz oben haben. Doch, wenn wir oben haben, spiele ich Bandit, glaube ich. Und dann zippe ich die... Zippe ich diese Eckdinger fest und dann kannst du von da hinten schon mal nicht gefickt werden. Also, außer jemand läuft da rein und fickt die Fickdinger. Aber... Fick die Fickdinger. Fickidi fackidi fuck! Bibbidi babbidi. Bibbidi babbidi. Aber bei denen, die haben richtig Bock, Alter. Ja. Alter! Geht mit mir auf den Sack! Ich will nicht gegen nur drei Leute spielen. Also... Da gewinnen wir, aber... Ich glaube, die dürfen sogar auch noch auswählen. Oida ey, wo bin ich hier? Ist jetzt schlimmer als in Champions-Electing-League. Ach... In irgendeinen Moment nicht. Ich hab ein bisschen mehr zurück zu hinten. Ich muss schon einmal nach oben. Und ich will. Schleifung. Ja, er hat's geschafft. Er hat's geschafft, Bruder. For fuck's sake. Das ging eigentlich schnell. Hauptsache, weißt du, wenn wir nicht mit der Drohne losgefahren, unten explodiert schon alles. War ja Drones Yellow. Ja, ich würd' sagen, alle Exos kriegen wir hin, oder? Ja. Oder wie willst du sagen? Ich bin halt schuld, ne? Vorsicht, Vorsicht, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Stellt euch hinter mir. Kill assist, easy game. Ja, easy einfach hingestellt. Vorsicht, ich hab das Gefühl, da wird noch einer sein. Ja, da ist noch einer. Achtung, ich hab kein Trap, bevor du jetzt rennst. Also, ich wollte die grad eigentlich wegmachen. Damit du das Schild nicht jedes Mal rein und raus machen musst. Scheiße, die Breaches mitnehmen, sondern hätt' ich sie breachen können. Rechts ist was von mir. Aber ich glaub' rechts oben. Da, wo Pick Up steht. Links ist ne Castle Wall, ist also kein Thema. Ich geh' den Diffuser rein. Das ist auf jeden Fall Puls. Ich seh' den Puls. Oha! Das glaubt mir kein Mensch, hätt' ich's nicht aufgenommen. Hast du Breaches mit, oder? Nein, leider nicht. Ah stimmt, wir haben ja eben die Flashbangs getestet, ne? Ah stimmt, du bist schon durchgerannt, Alter. Ich hab grad die ganze Zeit Angst vor Kapkan. Ey, ich hab' den Puls grad' so das Leben versaut. Ich bin wieder da. Hauen wir hier einfach auf und planten. Great Smoke. Okay, dann nimm' du mal. 2, 3, 4. Okay, äh... 7. Wir können auch mit B-Hedge gehen, ne? Vorsicht, das ist Lock, äh... Frostrad. Brennt einfach hinter mir. Vorsicht, ich seh' nix. Rechts ist einer, rechts ist auf jeden Fall einer. Die liegt da, die kann's holen, die kann's holen. Die hat diesen... Ah, ich hab' ihn nicht gesehen, scheiße. Die hat diesen Slide-Glitch gemacht. Pink Monty, Pink Monty. Egal, war... Im... Also, wir haben gut gespielt, bis... Bis auf das wir... Ich hab' äh... leider... Ich versteh' halt nicht, warum die Twitch... Die Twitch stand genau über ihn, anstatt ihn die ganze Zeit zu pingen. Sie hätt' ihn halt einfach easy wegkommen können. Ja, T-Trust-Bows. Ähm... Was spielen wir denn? Ah, ja, Clash wollte ich spielen. Oder, wo gehen wir hin? Ja. Telos. Ah, endlich, das Clash wieder da. Hahaha. Hab' ich... Ich freu' mich schon wieder, Leute abzufucken. Hahaha. Hauptsache, ich hab' gerade aus Versehen... Warden mit meinem... Zeigefinger in der Nase rumgekorpelt. Nicht mit meinem Zeigefinger, mit meinem... Mauszeiger. WTF? Hahaha. Ah, dann sind Claymas auch jetzt wieder da, ne? Dann macht's auch wieder Spaß, Capitale zu spielen. Schönes Fall. Loih! Loih! Das Glas auch-playt mich einfach. Brauchst du da noch ein drittes? Oh, kann nicht schaden, ne? Warden ist ein Jew. Kann ruhig sein, das ist... 2, 2, 3, 10 Sekunden. 5 Sekunden left. R4 ist locatet in der Bomb, get ready to engage! Wo bist du? Bist du Warden? Nein, ich bin in Clash. Warum bin ich der Einzelte der, der im Objective ist, Bruder? Da ist ein IQ, da ist ein IQ Unten aus dem Keller Drohend Achtung, die liegt da Die kriegt mich nicht Ja, aber die von hinten Das war ein Nick Kein IQ aus dem Keller Da hab ich voll erschrocken Ach, leck mich doch Ja, ihr wart halt alle oben Legit oben, ne? Kein hat's gejuckt, dass die reingegangen sind Ja, ja, ich hab nicht mitbekommen, dass die reingegangen sind Ja, weil ihr halt oben wart Ja, ich, ich, was denk ich denn, dass alle Leute hochgehen? Wer bin ich denn? Warum geht Warden hoch? Was soll die Scheiße? Ich hab doch gesagt, alle gehen hoch Ja, aber trotzdem So was macht Warden oben, Alter Was, was fällt der oben? Oder soll ich nochmal Schild nehmen? Kannst nochmal Schild nehmen, ist mir egal Also ich geh, ich geh ein bisschen Nuck-Practice Ja, ne, ne, weil Schild hat ja gerade gut funktioniert Aber wenn du jetzt Bock auf eine andere Strat hättest Dann hätte ich halt Kapital genommen oder so Aber nimm mal Dingsbums mit Breachers am besten Ah Oh, gerade noch Letzte Sekunde Ich helfe, wo ich kann Boah, warum haben wir jetzt so Knast, Alter Wieder der Spot Ich hab nichts gegen den Spot Wenn ich den von oben spielen kann, ist der ganz nice Wir haben ja irgendwo von unten gespielt und hat auch ganz gut geklappt Was heißt von unten, wir haben ja gerade von, ja, vom Eben ehrlich Kamen, was nicht gespielt Ah, warte, Chris, komm zu dir Wir haben da aufgemacht Beide Barrikaden sind angehauen Was, ich, Chris, ich hab die aufgemacht Naja, was ist Ella war da Ella müsste da stehen Du kannst durch die Drohnen schon schießen Ist Ella nicht da? Ne Ella ist genau hinter mir Nein Okay, ich dachte, das war der MyBad Ich dachte, wir tschüss, die wären da Iche kenne's Nein Ja Ich habe das Ja Ich centimetal J Ich 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 Was ist das? Ich wollte eigentlich hier drin trappen, aber auf einmal kommt dann so ein Bug und du denkst so Oh nein! Hey Junge! Ich will aus der Lobby raus! Ich will aus der Lobby raus! Der Fuck, warum? Weil das Hurensöhne sind gegen die wir spielen! Aber wir gewinnen! Das ist mir scheißegal! Ich verliere lieber und spiele gut als zu gewinnen und übe Kacke zu spielen! Ich meine, ich lutsche hier gerade richtig schwanz! Ja gut, aber passiert halt, ne? Also... Ja klar, aber... Beschissen ist es trotzdem! Ja gut, da stimme ich dir zu! Haben wir eben eigentlich gewonnen oder verloren? Haben wir auch gewonnen, ne? Mhm! Warum... Rücken... 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 Rücken mein Jucken jetzt so! Warum... Jucken mein Rücken jetzt so! Ich kann schon wieder nicht mehr reden, Alter! Ähm... Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, dass wir beide gleich Knarre haben oder... Ne! Hool ist normal! Also was heißt normal zu wie vorher! Okay, dann ist das wegen der Waffe! Hallo! Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Ich finde, irgendwie sehen die Barrikaden trotzdem komisch aus! Irgendwie besser, aber auch irgendwie nicht! Das X ist dicker, kann das sein? Ja und generell, die Farben... Ist halt so leicht grünig, dass wir... Es ist ein Blitz! Ich schieße ihm auf die Füße, es interessiert ihn nicht! Er gibt mir einfach instant! War das ein Headshot? Ja, wir machen... Oh nein! Beim Elevator auf jeden Fall! Ah, ich meine das Blitztor! Was?! Kapital... Junge... Ich bin so fucking aggressiv gerade, ne? Der ist doch sauber! Die hat den Dock sauber... ... aus dem Leben gerippt! Wenn ich die erste Klasse Team tue, dann werde ich gebannt, ne? Mmm... Ja! Ich glaube, ich höre auf die Waffe... ... die FMG mit Suppressor zu spielen... Wer hat rumgeheult? Der hat rumgeheult, ne? Oh lol! Immerhin wirst du jetzt nicht mehr... ... äh... ... vote kicked, nur weil du einen neuen Operator spielst... ... den... ... jemand anderes eventuell auch spielen möchte... Sollen wir so... ... wird eh nix bringen, weil... Naja, trotzdem, aber... ... äh... Ich bin ja... Ich glaube, open! Haben die die Bomben-Spots auf dem... ... auf der Map verändert? Ne... ... unten... ... open... ... äh... ... Tellers und Archiv... ... und halt oben CEO... ... und was auch immer davor ist... Achso, die sind ganz unten... Ich glaube, dann spawne ich Garage... Was mache ich auch? Äh... Was ist denn das? Parking-Front... Ich gehe hier rüber... ... um Carlos gespawnt zu werden... ... ... ok... ... f***... ... Ich weiß noch nicht, wo. Es war hinten und es hat jetzt Angst bekommen und es ist abgehauen. Hier ist irgendwo eine Valkyrie-Camp. Achtung, da kommt wer! Hinten auf den Stairs. Ist eine Valkyrie. Ist weggegangen. Ich glaube die Valkyrie-Camp ist draußen. Ne, sie spottet mich hier auch noch. Ich sehe sie. Die Valkyrie-Camp. Wenn du gerade drauf guckst, siehst du da die weißen Strebe. Da rechts daneben hängt die. Da. Kannst du dich mal... Alter, kannst du dich mal machen? Ihr hättest mir auch sagen können, dass sie in der Tür steht. Das sehe ich. Ihr habt die nicht gesehen. Da ist ein Smoke-Granet. Da war ein Smoke-Granet. Geht es? Ja, Vorsicht, geh mal hin. Alter, da sind zwei Leute. Wer genau steht, bleibt genau da stehen. Einer ist hinten durch. Ich bewege mich nicht, außer wer in den Smoke-Granet war. Vorsicht mal, Kyrie. Sauerbar, Uwe. Ich muss einen Schritt zurück wie eine Feuer. Da kann ich wieder auf, wenn du mich sonst brutzeln. Wo ist der zweite? Hinten durch. Da hinten ist so ein Loch. Ja, der smoke halt zu, ne? Das ist ganz geil, weil jetzt kann ich den hier machen. Ah. Ich glaube, du bist Squad Leader, ne? Ja. Dann gehen wir nach dem Game aus der Queue. Ähm. Weil ich geh jetzt einfach rauchen und mach mir neues Wasser, weil... Digga. Ich bin grad richtig salzig. Au! Immerhin hast du das noch gewonnen, Chris. Ja, die kam nicht grad wie so ein Berserker. Ja. Lol. Predicted. Ist mir egal, der hier, der pink, äh, schon meddling hat gewonnen. Pink-lila ist mir egal. Okay, ähm. Bin sofort wieder da. Fünf, fünf Minütchen. Jo, kein Thema. Oh. Ja, dann wende ich dir auch mal die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen. Hau da rein. Geh, das ist ja kein Berserker. Nö. Ja, ich bin jetzt aber auch da drin. Und da nur ein Sünderker. truly wehren das aus dem Berserker?